. 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 Pietro. Wie geht's, Natascha? . Tut mir leid, aber der andere Mann ist entkommen. Immerhin wissen wir etwas über die Pistole des Verletzten. Du hattest recht, Fischer wurde mit dieser Waffe getötet. Sie haben ihn auf dem Gewissen, Natascha ist unschuldig. Was ist mit dem Verletzten? Er wird operiert, aber wir versuchen ihn zu identifizieren. Sobald er reden kann, wird er uns hoffentlich verraten, wer der andere ist, und wir schnappen ihn. Wir finden ihn ganz sicher. Wir finden ihn und das Baby. Der jungen Frau geht es besser. Sie können jetzt zu ihr. Bitte. Ich bin froh, dass es dir besser geht. . Wo ist mein Baby? Wo ist er? , , . . . . . . Alles wird gut. Ganz bestimmt. Alles wird wieder gut. Willkommen zu Hause, Natascha. Ich hab dir Knödel gemacht. Die isst du doch so gern. Unsere Natascha ist wieder da. Ciao. Schön, dass du wieder da bist. Ich wollte dir noch danken. Du hast mein Leben gerettet. Du hättest genau dasselbe für mich getan. Wie geht's deinem Arm? Nicht der Rede wert. Möchtest du mit uns essen? Vielleicht ein anderes Mal. Danke. Danke.